Unbedingte Kooperation. Was wir von unseren Klienten erwarten. Was erwarten wir in einer Psychotherapie, in einer psychologischen Beratung, in einer, wie auch immer wir das nennen, Lebenshilfe und so weiter von unseren Klienten? Was dürfen wir verlangen, was können wir verlangen? Damit wollen wir uns in diesem Artikel beschäftigen. Unbedingte Kooperation. Kooperation. Der Klient bekommt keine Operation, die er passiv erdulden muss. Er nimmt keine Medikamente, in der Regel nimmt er in der Psychotherapie keine Medikamente, die ihn substituieren und regulieren, von alleine substituieren und regulieren, automatisch im Körper funktionierend. Er geht nicht zur Wahrsagerin, die ihm sagt, dass ihn seine Frau in ca. zwei Jahren betrügen wird. Er ist nicht beim Coach, der ihm Power-Ratschläge und Strategien erteilt. Er ist im stärkeren Bezug zu uns, in der Beziehungsperspektive, wie wir in der Psychotherapie sagen, den wir vorübergehend mit ihm haben. Ein Bezug, einen stärkeren Bezug, den wir vorübergehend mit ihm haben. Menschen lernen, sich durch Psychotherapie zu erweitern. Sie reifen, sie entwickeln sich, sie bekommen mehr Bewusstsein über sich und ihre Interaktionen und Bezüge zu den Dingen und anderen Menschen, nicht zuletzt zu sich selbst. Sie werden dadurch reflektierter und agieren im Leben überlegter und achtsamer. Ohne die Kooperation des Klienten bleibt diese Arbeit einseitig und unvollkommen. Wenn er sich nicht engagiert, boykottiert er im schlimmsten Falle sich selbst. Im besten Fall will er uns zeigen, dass er ein guter Sohn, eine gute Tochter ist, die uns einen Gefallen tut, damit wir gnädiger mit ihm oder ihr sind. Das ist es alles nicht. Kooperieren heißt, ineinander greifen, Hand in Hand gehen, sich zuarbeiten, miteinander gestalten, etwas Gemeinsames zustande bringen. Woran merken wir, dass ein Klient kooperiert? Er erkundet und gestaltet mit seinen Worten, mit seiner Sprache Zustände, die er vormals nicht formulieren konnte. Es ist ein neues Terrain, das entsteht. Also ist es eine kreative, eine konstruktive Herausforderung. Während er formuliert, ist für uns als Therapeuten bei ihm ein Prozess, des Beteiligtseins, Sicht und vor allen Dingen spürbar. Formulieren wir für ihn, so muss durch diese Formulierung bei ihm eine eigene Formulierung und Klarheit entstehen. Der Klient sieht uns als Partner, keinesfalls nur als Experte, als Expertin, als Guru oder Besserwissender, dem er es mehr oder weniger recht macht oder das Ganze einfach nur absetzt. Wir werden vorübergehend mental ein Teil von ihm und er ein Teil von uns. Der Klient empfindet diesen Prozess als wertvoll und bereichernd. Er empfindet eine konstruktive und freie Partnerschaft, nicht mit den typischen Attributen einer Partnerschaft im normalen Leben. Denn verstricken tun wir uns keinesfalls in das Leben des Klienten. Der Klient regelt zunehmend die Zustände seines Lebens mit sich selbst und dadurch wird er unabhängiger. Schließlich, wir haben als Begleiter das eindeutige Gefühl einer wertvollen Beziehung, der wir beiwohnen. Auf der anderen Seite, woran merken wir, dass ein Klient nicht kooperiert? Wir haben immer wieder den Eindruck, er sitzt das Ganze einfach nur ab und lässt es über sich ergehen. Das sind Menschen, die zum Beispiel geschickt wurden, die eigentlich gar keine eigene Motivation haben, Psychotherapie zu machen, diese Arbeit zu machen und die das auf die Art und Weise einfach regulieren. Er oder sie ist überfordert und erwartet von uns sehr häufig Direktiven, Pläne, Vorgaben, ideale Methoden und so weiter. Er findet Ausreden, schweigt oder wehrt zentrale Konflikte immer wieder ab. Er erfüllt Aufgaben, die wir ihm für seine Lebensgestaltung stellen, nicht, tut es einfach nicht. Der Klient wirkt immer wieder abwesend und gar nicht bei der Sache. Er spielt uns immer wieder den schwarzen Peter zu. Sie müssten, sie sollten, sie könnten, bis hin zur Entwertung und Abwertung unserer Kompetenzen. Er ist immer wieder müde oder versäumt häufig die Sitzungen. Er nutzt uns als bestätigende Experten, dass er so ist. Und nicht anders kann. Und deswegen auch keine Veränderung möglich ist. Und damit hat er einen Stempel, einen Expertenstempel bekommen, für das, was er einfach ist. Und so funktioniert es eben nicht anders. Also bleibt er bei seiner typischen Konflikthaftigkeit und so weiter. Er überanstrengt sich, aber auch in verkrampften und hartem Bemühen, besser zu werden, anders sein zu müssen. Also er nimmt da etwas Fremdes, dem er sich unterwirft und überanstrengt sich dabei. Das ist nicht zu unterschätzen, das tun Klienten ganz oft. Und insofern machen sie dann etwas sehr Hartes mit sich. Ich habe das bei Alkoholikern oft erlebt, die dann trockene Alkoholiker waren und noch härter zu sich waren, als vorher mit dem Alkohol, den sie schon in sich geschüttet haben, zum Beispiel. Oder schließlich, er fragt ständig nach, ob dies und dies, jenes gehe, was er machen solle und so weiter. Also er braucht ständig irgendwelche Ratschläge. Das mal so ein paar Aufzählungen über das, was Kooperation ist und was eben Kooperation typischerweise nicht ist.